Wie ist das möglich? Weißt du, was das für ein Ort ist? Ihre Mutter Angela ist Patientin bei uns. Ihr Verstand ist sehr aktiv in der Simulation. Simulation? Ihre Mutter ist amok gelaufen. Warum? Stellen Sie ihr diese Fragen. Das ist Ihre Gelegenheit. Mom? Bist du sicher, dass du wirklich keine Halluzinationen hattest? Ich meine, außerhalb der Simulation. Dämonische Besessenheit. Verstehst du? Fuck, ich kann nicht mehr. Willst du enden mit deiner Mutter? Es gibt Spezialteams. Sie jagen Dämonen. Handverlesene Priester agieren wie Soldaten. Jetzt, wo es frei ist, wird es versuchen, Sie zu holen. Bleib stehen! Ich sag es nicht nochmal!